Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Thorsten Tiet, ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktien-Screener von Wachstumswerte und ich betreibe nicht nur eine Webseite über Aktien, sondern ich investiere auch selbst in Aktien und habe ein Depot öffentlich, das heißt Cashflow-Depot. Ziel ist es da, aus Dividenden und Notionseinnahmen möglichst viel Cash zu generieren und dabei aber die Qualität der Aktien nicht außer Acht zu lassen, das heißt auf Aktien zu setzen, im Großen und Ganzen, die langfristiges Gewinnwachstum aufweisen, damit halt auch die Gesamtperformance stimmt, wenn ich beispielsweise lang genug die Aktien habe und sie mir nicht zum Beispiel weggegold werden, dass ich dann halt eben auch profitiere von steigenden Kursgewinnen. Und wir steigen hier mal ein mit TradingView.com, dem Chart, das ist jetzt mal nicht der S&P 500 oder der Nasdaq oder der DAX, sondern das ist jetzt die Entwicklung des US-Dollars zum Euro und da sehen wir hier, dass wir eben seit ungefähr einem Jahr wieder einen steigenden US-Dollar haben gegenüber dem Euro und wir sind noch ein Stückchen davon entfernt, was wir Ende 2016 gehabt haben, wo es ja schon an der Parität quasi, die Parität angehaucht wurde, Euro-US-Dollar-Parität, dann ist ja der US-Dollar wieder relativ stark gefallen. Und warum zeige ich das? Weil viele Aktionäre, viele deutsche Aktionäre auch ja auch US-Aktien haben und davon ja dann direkt betroffen sind von den Wechselkursschwankungen, sowohl direkt als auch indirekt, direkt dadurch, dass ihre US-Aktien automatisch mehr wert werden, wenn der US-Dollar mehr wert wird. Indirekt natürlich, weil das Geschäft betroffen ist, der US-Unternehmen von Wechselkurseinflüssen, da ist dann genau andersrum, wenn der US-Dollar stärker wird, dann werden ihre Umsätze, die es im Ausland erzielen, indirekt, speziell ist natürlich im Euro-Raum dann weniger wert, mehr oder stärker gewichtet, oder größere Rolle spielt aber der direkte Einfluss, also wir profitieren mehr davon, wenn der US-Dollar steigt. Weil das rechnet sich quasi 1 zu 1 um, während dann die Umsätze ja nicht 100% im Euro-Raum gemacht werden von den USA, sodass da wir nur einen teilweise Effekt sehen. Oh, jetzt erzähle ich schon wieder so viel. Jedenfalls haben wir jetzt hier Rückenwind, und jetzt gehen wir mal zum S&P 500, genau, weil es ist ja jetzt nicht so, dass nur, wenn mein Depot mal in einem Monat steigt, dass das jetzt eine Glanzleistung wäre, das kommt immer auf die Entwicklung des Gesamtmarkts an. Und natürlich korreliert mein Aktiendepot mit dem Gesamtmarkt, so wie eigentlich das Depot jeden Anlegers, oder fast jeden Aktienanlegers. Und wir sehen hier jetzt den letzten Monat im S&P 500, und da ist er jetzt um 2,3% ungefähr noch oben geklettert. Wir haben bald hier neue Höchststände, ein bisschen was fehlt noch zu den Höchstständen, dann im September, Anfang Oktober letzten Jahres. Aber den Einbruch vom Dezember, den haben wir schon mal wettgemacht, und wer hätte das gedacht, noch vor einigen Monaten. Und dann gucken wir uns mal hier, ich glaube, den Titel ändere ich noch. Wir gucken uns dann hier mal mein Depot an, wie es gelaufen ist im März. Und zwar der Anfangsbestand waren 230.000 Euro, so sind wir im 1. März quasi reingegangen, und wir haben jetzt hier 238.000 Euro, also ein bisschen mehr, 3,4% mehr. Das sind jetzt 3,4% unrealisierte Kursgewinne. Also kommt 1 zu 1 hin. Und davon währungsbedingt eben, das ist eben der Steckere US-Dollar, 0,9%. Wenn wir das abziehen, haben wir ungefähr 2,5%, sind wir ein bisschen besser als der S&P 500 mit dem Depot gefahren. Also sage ich jetzt mal gut auf Linie. Und das Depot heißt der Cashflow-Depot, habe ich glaube schon erwähnt. Das heißt, es geht hier um Dividenden und Optionsprämien, aus denen quasi dann der Cashflow erzeugt wird. Und wir sehen hier, dass ich keine Dividenden begrüßen durfte im Depot. Dafür gab es aber Optionsprämien, das heißt, ich habe Optionen verkauft, und die Optionen sind auch schon realisiert. Ich habe Optionsprämien bekommen und die sind schon in der Tasche, weil die Optionen quasi in der zugekauft worden sind oder verfallen sind oder ausgübt worden sind. Das kann auch sein. Und da habe ich dann eben 2.756 Euro machen können, was 1,2% vom Marktwert ist. Das ist schon ganz ordentlich. Man muss immer denken, dass es hier ja Monatszahlen sind. Wenn man das jetzt auf den Hochjahr rechnen würde, dann müsste man das ja mal 12 machen. Da hätten wir ja schon ungefähr 14% Rendite nur in Cash, ohne dass wir hier unrealisierte Kursgewinne noch berücksichtigen. Wir haben auch noch einen Buchverlust, dazu später mehr. Insgesamt aber recht gut gelaufen, würde ich sagen. Also bin ich jetzt erstmal so ganz zufrieden. Ich habe auch noch etwas anderes vorbereitet. Und zwar, ich wollte nochmal zeigen, wie sich jetzt in den ersten 3 Monaten das Cashflow Depot entwickelt hat, inklusive dem Dezember, wo ja mein Depot auch wieder lassen musste. Und da habe ich mal ein kleines Excel gemacht. Und da habe ich mir jetzt einfach hier die Daten gezogen, aus meiner Datenbank direkt, die letzten 4 Monate betreffend. Und da sehen wir im Prinzip genau die Zahlen, die ich jetzt gezeigt habe. Das ist der März diesen Jahres, dann also die 4 letzten Monate. Das sind die Zahlen, die wir jetzt dann aktuell nochmal näher im Detail sehen. Und interessant ist, für dich jedenfalls, dass wir hier den Dezember hatten. Da gab es dann eben Kursverluste von knapp 17.000 Euro. Das ist ja schon eine stolze Summe. Und die sind jetzt aber schon völlig egalisiert. Also die sind jetzt schon hier 19.000, knapp 20.000 Euro. Also im Januar und Februar wurde quasi der Dezember schon komplett überkompensiert. Und jetzt läuft es quasi so weiter. Und wir haben jetzt sogar, wenn wir den Dezember reinrechnen, über 11.000 Euro unrealisierte Kursgewinne. Zwischendurch konnte ich auch was verkaufen. Konnte da auch nochmal knapp 8.500 Euro Kursgewinne realisieren. Also das muss man dann quasi zusammen addieren. Wir haben hier auch die Währungsgewinne. Wobei im Dezember mal der US-Dollar ein bisschen abgegeben hat gegenüber dem Euro. Aber das macht im Prinzip nicht so viel aus. Und was ich auch interessant finde, das ist meiner Strategie entsprechend, dass die Optionsprämien, die Dividendeneinnahmen doch sehr deutlich überwiegen. Ich habe Dividenden kassiert im Februar, beziehungsweise dem Ex-Date entsprechend, so werte ich es aus, von 830 Euro ungefähr. Und dem stehen eben fast 7.000 Euro an Optionseinnahmen gegenüber. Insgesamt haben wir eben Cashflow von 7.700 Euro. Und das ist jetzt im Prinzip, es ist schon jetzt für die letzten vier Monate schon relativ extrem, aber im Prinzip entspricht es tatsächlich meiner Strategie, wie das jetzt immer mehr entwickelt, dass es immer mehr über Optionsprämien geht und dass Dividenden jetzt die zweite Geige eigentlich spielen. Das wollte ich jetzt erstmal zeigen hier, für die Übersicht, wie jetzt im Prinzip inklusive Dezember sich das Ganze entwickelt hat. Und dann wieder mal zurück. Dann sind wir hier wieder im Depot-Update. Und hier sehen wir dann die einzelnen Positionen, die wir haben. Und wir können hier nochmal kurz sortieren. Wie immer gibt es ein paar Verlierer. Über Wirecard habe ich ja viele Videos gedreht. Insgesamt bin ich mit Wirecard im Plus, aber im letzten Monat ging es eben im Vergleich zum 1. März bis zum Ende März nach unten. Immerhin konnte ich hier über Optionspringend ein bisschen Geld schon mal machen mit Wirecard. Also ungefähr knapp 1.300 Euro. Ich halte momentan noch die Wirecard weiter. Es gibt ja, wenn ich mich recht erinnere, am 25. April an Geschäftszahlen. Und ich habe mich in den Videos auch so ein bisschen verpflichtet, hier durchzuhalten bis zum Happy End. Ich finde es irgendwie plausibler, wenn man Videos dreht über einzelne Aktien, wenn man da auch so selbst ein bisschen Eisen im Feuer hat. Dann CVS, habe ich auch ein Video zugedreht. Meine rote Laterne quasi. Auch den halte ich die treue. Fuchs-Fedro-Loop ist auch ziemlich weit hinten. Dann haben wir Alibaba. Das ist relativ interessant, weil auch hier habe ich Optionsgewinne machen können, also veroptioniert. Die sind mir weggeholzt worden. Hier steht aber nichts von realisierten Kursgewinn oder von Änderungen des Bestands. Das muss ich wahrscheinlich erklären. Und zwar habe ich hier 200 Stück Alibaba gehabt, aber die waren nicht im öffentlichen Depot. Da ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe 100 Stück gehabt, öffentlich. Die sind mir auch weggeholzt worden, aber ich habe die Option quasi verwechselt. Und im Prinzip sieht es jetzt so aus. Zeige ich mal. Das sind die 200 Stück. Also ich habe hier insgesamt 200 Stück gekauft. Das ist meine interne Verwaltung, wie ich meine Wertpapiere quasi verwalte. Und man sieht hier das Kaufdatum und dann wie viele Stück ich wann gekauft habe. Ich habe hier halt so mal 50 Stück Alibaba gekauft. Im August. Und ein paar Tage später habe ich noch mal welche gekauft. Und sogar noch etwas teurer für 177 US-Dollar. Und dann habe ich im Oktober für 140 US-Dollar noch mal 100 Stück gekauft, sodass ich 200 hatte. Und die wurden mir weggeholzt am 1. März. Alle 200 für 175 US-Dollar. Ich habe mal im Excel ausgerechnet, sind ungefähr 3.500 US-Dollar Kursgewinn. Hätte ich sie aber direkt verkauft an der Börse zum Marktwert zum 1. März. Dann hätte ich mehr Geld gekriegt, nämlich 1.555 Euro mehr Geld. Das heißt, das ist quasi dann der Buchverlust, der mir durch die Ausübung entstanden ist. Ist jetzt keine super schöne Sache, aber das passiert dann und wann. Langfristig ist die Börse zwar bei guten Unternehmen eher eine Einbahnstraße, aber wenn die Aktien sehr stark anziehen, dann kommt die oft auch wieder ein Stückchen zurück, erfahrungsgemäß. Und ich versuche mir die wiederzuholen. Die anderen 100 Alibaba sind mir auch weggeholzt worden für 180 US-Dollar. Und dann haben wir noch Tesla. Das ist eine kleine Cash-Maschine, die ich veroptioniere schon sehr lange, das läuft relativ gut. Und dann haben wir hier eben alle Aktionen hier unten, die Kursgewinne erfahren durften. Und hier auch nochmal Facebook, habe ich da auch veroptioniert. Covered Calls geschrieben. Allgemein, wenn wir es noch sehen, schreibe ich sehr viel mehr Covered Calls als Short Puts, weil wir einfach so stark ansteigende Märkte haben, dass ich mich mittlerweile auch von Aktien trennen kann und dem erstmal nicht hinterher weine, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie irgendwann wieder kriege, zum gleichen Preis oder vielleicht sogar günstiger, sich ja immer weiter erhöht, je weiter wir in eine Phase, das ist vielleicht etwas subjektiv, der Übertreibung kommen. Und ja, andere Aktien sind eben auch gestiegen. Wenn wir dann hier in die Optionen gehen, dann sehen wir erstmal, dass es relativ viel Calls geschrieben habe, denen nur zwei Puts hier entgegenstehen. Und das ist das, was ich gemeint habe, dass ich eben viel Covered Calls mittlerweile schreibe. Alle Calls, die ich schreibe, sind Covered Calls. Das heißt, auf meinen eigenen Aktien, die habe ich tatsächlich. Und im Fall der Fälle, muss ich sie eben ausüben lassen, beziehungsweise abgeben zu dem festgelegten Preis. Und dann eben auch hier zwei Puts, einmal mit Tesla und einmal mit Wirecard. Und ja, die sind ja, also insofern alle erfolgreich gelaufen, bis auf den, wenn man das so sehen möchte, wo der ausgeübt wurde bezüglich Alibaba. Man kann meine Covered Calls und Short Puts, also meine Optionen insgesamt, ja hier sehen. Hier komplett im Detail. Und da sieht man eben auch hier nochmal das Gleiche, dass wir eben sehr viele Covered Calls haben, dem relativ wenige Puts entgegenstehen. Hier gibt es schon wieder einen Tesla-Put mal, nach den Absatzzahlen, nach denen die bekannt geworden sind, ist der Tesla gefallen. Dann habe ich noch einen Put geschrieben. Ja, aber so viel nur am Rande. Und was ich ganz wichtig finde, das ist eben, das möchte ich auch nochmal zeigen hier, den Fokus auf Qualität, dass man es einfach nicht vergisst oder außer Acht lässt. Ich trenne mich zwar von den Aktien auch, im Rahmen von Carbacolz beispielsweise, wie wir es gesehen haben mit Alibaba, aber grundlegend versuche ich doch schon, Aktien zu halten, wie gesagt, die eine gute langfristige Gewinnentwicklung aufweisen. Und ich habe ein sehr anspruchsvolles Ranking, das ist mein Depot, das ist Cashflow-Depot, das sind die einzelnen Positionen. Und ich habe ein relativ anspruchsvolles Ranking, was ausschließlich ja auf das Gewinnwachstum, basierend auf dem finanzierten Gewinn, am operativen Cashflow geht. Und das sind schon sehr anspruchsvoll. Und da sind trotzdem Aktien drin, die teilweise sogar 100% erreichen. Und wenn die Aktien ein bisschen schwächer abschneiden, hier auch die um die 70%, dann sind es immer noch qualitativ hochwertige Aktien, die einfach nur die Gewinnsteigerung nicht so steil verläuft, wie ich das hier in dem Ranking eingestellt habe. Sieht man hier beispielsweise für Novozyms, das ist eine Aktie, die jetzt nicht durch die Decke geht, aber wo das Unternehmen eben doch langfristig Dividenden und Gewinne beispielsweise steigern kann. Und ja, dann gibt es auch noch Aktien, die jetzt hier nicht so supergut abschneiden, wie beispielsweise eben auch hier CVS, die mir angedient worden sind. Aber insgesamt, denke ich doch, ist das Depot doch relativ gut aufgestellt. Und das sieht man dann auch hier, das ist im Prinzip so der Lackmustest, sage ich mal, mit bezüglich langfristigen Gewinnentwicklungen. Wenn man dann sich zum Beispiel hier ein Jahr anguckt, dann ist eben mehr grün als rot. Und wenn man fünf Jahre anguckt, dann sieht man, dass eben noch mehr grün ist. Und wenn man auf zehn Jahre macht, dann hat man nur noch grün oder gar nichts mehr, weil die Aktien noch keine zehn Jahre quasi am Markt sind, wie es in diesem Fall Facebook. Ja, und das ist im Prinzip der Lackmustest. Und wer ein eigenes Depot hat, der kann das einfach mal machen. Und wenn er dann eben auf so einen Zeitraum wie schon ein Jahr, aber insbesondere fünf Jahre, eben mehr rot beispielsweise als grün hat, dann macht er was falsch. In diesem Sinne also nie das langfristige Gewinnwachstum der Aktien außer Sicht lassen. Egal, ob man jetzt veroptioniert oder nicht veroptioniert oder ob einem die Dividende wichtig ist oder nicht so wichtig ist, beziehungsweise der gesamte Cashflow, egal. Im Prinzip, wenn man langfristig investiert, kommt es eben immer auf das langfristige Gewinnwachstum der Unternehmen an. Wenn das nicht stimmt, dann wird man auch keinen Spaß haben, langfristig gesehen, mit seinen eigenen Aktien beziehungsweise mit dem gesamten Aktiendepot. So, das war es dann gewesen. Das Wort zum Sonntag. Heute ist nämlich Sonntag. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.